Was geht da, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Max Payne 3. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wen machen wir da? Boah, Junge. Erstmal Fäuste verteilen hier, Freunde. Oh, shit. Oh, okay. Oh, pass. Was ist hier los? Der lebt ja noch. Da. Zack. Ist der tot jetzt? Ist der tot? Ja. Alter, was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Freunde, äh, ja. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall, cool, dass ihr wieder am Start seid. So, den erstmal weghauen. Den erstmal weghauen. Lasst auf jeden Fall gerne ein bisschen Liebe dafür dieses Video. Vielleicht wird es ja sogar schon das letzte. Ich kann es schwer einschätzen, aber könnte sein. Ähm, und auf jeden Fall das Gewinnspiel anchecken, ist ja ganz klar. So, ich brauche jetzt unbedingt Pillen, ansonsten bin ich gleich schon wieder tot. Goldene Waffe. Ich brauche unbedingt Pillen. Ich brauche unbedingt Pillen, Freunde. Das war ja nicht der Einzige. Ist der tot? Ist der tot? Ja. Gib erstmal die Pillen. Okay, gleich 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 gleich. Nehmen wir mal jetzt bitte die Pillen, genau. Kommt ruhig. Drexodo, ey, komm. Der ist tot. Ist der auch tot, der Ambo? Ich bin gleich schon wieder, ich bin schon wieder gleich tot. Kommt doch raus, ihr feigen Schwänze, ey. So, eine Rotze, ey. Warum ballerst du nach oben, ey? Was soll das immer, ey? Ist gut, ist gut. Wir haben es gesehen, die Zeitung. Jetzt wieder zurück, oder was? Oder hier durch, oder was? Wenn es ein bisschen was ich gelernt habe, seit ich in Sao Paulo habe, ist, dass ich und die Lokale elevatorinnen waren nicht so gut. Alles klar. So, haben wir noch was schönes? Nee. Hey, wie schießt ihr denn? Hä? Was ist das für ein Visier? Ist das Spack, dass du wegen dem Laser so rum oder was? Guck dich das mal an. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Ich seh ja gar nicht, wo ich hinschieße, ey. Er ist in Deckung, oder? Er stört einfach auch nicht. Es juckt ihn halt auch nicht. Er braucht keine Deckung. Jetzt komm aus der Scheiße! Mach mal aus der Deckung, wo es smacks. Ich brauche nur neue Knarre. Hahahaha! Ey, sag mal, wie viel sch... Ich wollte gerade sagen, ey. Okay, der will's wissen. Der sieht richtig mies aus. Naja, nimm die Knarre! Wo ist die? Sehr gut! Sehr gut! Ah, okay, gut. Mit der hab ich jetzt auch wieder ein Visier. Ja, okay, dann küss dich doch! Ja, okay, gut. Ich habe noch nicht gewusst, wie ich gehe von, aus dem Niemann, in New Jersey, zu looten, in Brasilien. Aber das war, wo ich bin. 5,000 Kilometer von einem Haus, wo ich nicht zurückgekommen kann, auf eine andere Suicide-Mission, um ein Mist, das nicht sogar meins war. Oh, da ist ja noch einer! Oh, Junge, den hab ich weg. Rasiert, Junge. Rasiert, radiert. Oh, komm, nehmen wir die einfach mal mit, oder? Ah! Gut! Ich geh mal sehr hart offensiv gerade rein, ne? Das könnte vielleicht auch schief laufen. Okay! Okay, ja, let's go! Tja, wer konnte das auch anders erwarten, ne? Sehr gut. Nein, jetzt hab ich meine gelle Wummel, ey! Die hab ich doch gerade erst kennengelernt, Mann! Jesus, es war dieser Mann. Ich habe ihn gesehen in der Favela. Bachmeier, Becker's right-hand man. His Zeit wird kommen. Him und Becker. Okay. Was war denn das jetzt für'n Jump erstmal nach hinten von den Mechs? Oh, shit! Jawoll! Sehr gut! Oh, gut, das steht noch öfter. Ohoho! Junge, den wurde so die scheiß Fresse weggeschossen. Der ist safe tot. Ich konnte das Tape nicht aus meiner Kopf. Warum? Ach, Leute, was so lecker, Mann, sowas. Oh, ja, die ist auch geil, die Szene. Habe ich alle erwischt? Ich weiß gar nicht. Einmal aufmachen, bitte. Einmal aufmachen, bitte! Jetzt vielleicht? Au! Jetzt vielleicht? Ja, jetzt wahrscheinlich, oder? Du Sackrate, ey. Wie viel Kugel schluckt der? Ach so. Wo kommt der denn? Jetzt aber dreh dich doch! Ey, ich sag ja wirklich, die Steuerung ist. Leider. Meine ich, ab und zu stelle ich mich auch doof an. Die gebe ich gerne zu. Also nicht gerne, aber die gebe ich zu. Aber man muss wirklich sagen, ey, Rockstar muss mal ein bisschen am Gameplay stromen, und es ist immer noch nichts zu zeigen. Ich fühlte mich, als wäre ich zu enttäuscht. Aber vielleicht wäre das Revenge für etwas anderes. Etwas, was sehr tief in der Vergangenheit war. Weil Story ist eigentlich immer geil bei den Games. Story ist doch eigentlich immer geil, oder? Oder hat euch mal eine Story von Rockstar Game die letzten... ...Rodrigo, Giovanna... ...letze zwanzig Jahre hinterrutscht. Ich weiß nicht. Oder die letzten fünfzehn Jahre, oder? Ja, so. Aber ich habe gerade überlegt, so die letzten fünfzehn Jahre zu sagen. Und dann dachte ich mir, kam da nicht nur GTA raus, auf jeder Plattform, die es jemals gab? Irgendwie, wissen wir euch mal. Und Red, der zwei. Ansonsten gefühlt nur... ...GTA 5 auf jeder Plattform. Das ist auch hier... Ist das hier der... ...Phoenix-Parcours? Von Modern Warfare, das? Bleib liegen, Junge. Ich glaube, der lebt immer noch da oben. Kann das sein? Mit ihm los. Stört doch, Alter. Er lebt nicht schon. Sieht fast aus wie der Parcours. Durch den Schniedel, durchs Arschloch wieder raus. Oder rein in den Schniedel, durchs Arschloch. Das schmerzt. Sind da gerade welche vor meinen Augen gespawnt, Alter? Habt ihr das gesehen? Das sah aus, als wenn die gespawnt wurden. Oder waren die die ganze Zeit in der Deckung? Waren die die ganze Zeit in der Deckung? Das sah aber nicht so aus. Sag mal... Also die mittleren Holzbiken, die sehen dann wirklich aus Stahl einfach. Nur so aus Holz. Hä? Waren das alle jetzt? Boah, Junge. Guck mal, der stirbt dann aber wieder durch einen Schuss ins Bein. Das ist ganz komisch manchmal, oder? Oder kommt mir nur das Snow so vor? Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur mein Eindruck, wo ich hier... Dadurch versahle ab und zu besser. Ich bräuchte nochmal Pillen, ey. Das wäre sehr gut. Ich bin fast tot, ey. Leben am Limit die ganze Zeit. Und manchmal auch überm Limit. Das ist ein bisschen zu spüren, weil ich das nicht schaffte. Ich bin fast verstanden. Ich bin fast. Und ich bin fast weg. Ich bin fast weg, oder? Ich bin fast zurück. Aber das Gringo ist jetzt wieder weg. Aber der Gringo ist jetzt tot. Bye, bye, bye. Kartoffelbrei, Junge. Nein, die da unten, Alter. Ah, scheiße. Sehr gut. Da ist ja doch einer. Hallo? Sterben sie, sterben sie. Komm. Oh, Junge. Okay, Alter, da muss ich wirklich schon ein bisschen vorsichtiger sprechen. Was soll das? Ja, ach man, jetzt auf der falschen Seite, weißt du? Ja, auf der falschen Seite, auf der rechten Seite sind Pillen, ey. So eine Rotze, ey. Aber wenn es ein Rücksetzpunkt, Checkpoint war, dann, ja, dann passt es dann aber, ich glaube ich, jetzt neue Energie jetzt. Du hast ein Rücksetzpunkt, heißt das. Du hast dein Rücksetzpunkt, das ist was es ist. His cover was too good. Give Rodrigo my regards! You are doing so well! Hm. Und dann hab ich ja einen roten Hitmanke. Warum... Aber knapp das nicht. Those ceiling tiles looked kinda loose. It was worth a shot. Wo muss ich da rein... Ich wollte grad sagen, wo muss ich da reinknüppeln? Jetzt schießt! Halt mal! Mein Gott, ey! Ist er jetzt tot? Jetzt ist er tot! Oh mein Gott, ja! Erne mal auch ein bisschen schneller abkönnen. Was? Das war die Passkey zu Becker's office. Ich war knapp am Ende von all this. Und ich konnte es fühlen. Becker! Was? Was? Ich fühlte mich wie das Angell. Ich sah mich wie ein grosser Mann, mit einer schlechten Temperatur. Was? 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 Ich wusste nicht, meine único Hoffnung ist, die schmalen. Ich wusste, dass sie die Stadt verloren würden. Und meine Gäste ist, dass sie raus hierher versuchen würden. Richte Leute lieben, dass sie raus hierher fliehen. Na ja, alles klar. Oh, ich glaub' das ist das letzte Kapitel. Ich glaub', das ist das... Ah, komm, wisst ihr was? Wir machen eine XXL-Abschlussfolge, pero wenn ihr jetzt sind noch mehr, dann seid ihr erst mal cool? Lass den Like da mal ein. Okay, Max! Du hast das Haupt Terminal checkt. Ich werde nach dem Bronco schauen, okay? Wir machen es. Du schaust einen Augenblick in da. Du wißt du Becker wird ein paar Leute in da beinhalten? Ja. Also, natürlich, ich wusste, dass sie mich suchen. Aber der Airport war das einzige Ort, wo ein Gringo ein Gringo könnte sich in. Well, da, oder eine sex-klasse. Meine Verzüge von Verzüge dauerte zwei Sekunden. Jedes Mal, wenn man das sieht, denkt man sich, es müsste doch eigentlich einen geilen Max Payne sein geben. Ich verstehe sowieso nicht, warum es immer so schwer den Leuten fällt, eine gute Videospiel-Verfilmung zu machen. zu machen. Gerade bei solchen Spielen, weißt du? Gerade bei solchen Spielen wie Max Payne oder Uncharted dieses Jahr. Ich hab mir gedacht, ich fand Uncharted war nicht so geil. Wenn die Spiele sowieso schon so krank filmig sind. Guck mal, wie er da runterhängt. Geil, Mann. Ich bleib jetzt hier einfach so überlegen, Alter. Bleib so überlegen einfach. Ich will mich auch mal wie so ein kleines Päckchen fühlen. Wie so ein kleiner Koffer. Ah, nein! Ah. Wo muss ich denn hin? Hier rüber? Hier durch? Ne. Yo, 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 was geht ab? Er ist halt einfach nicht tot. Was hältst du aus, du kleiner Dreck? Ich muss gerne ausrufen. Da hängt noch ein paar Kugeln hinterher. Wie viele Dinge, äh, wie viel Leben ich wieder verloren habe. Na, kommt denn jetzt welche raus? Das ist ja wirklich, dass er immer, wenn er labert, immer die dicke Waffe weg geht, dass du dir immer erstmal auswählen musst. Lass die doch einfach in der Hand. Was muss das Problem sein? Guck dir das an. Ist er schon tot gewesen? Ich glaube nicht, oder? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war Becker's, guys. Him und Victor hatten einen privaten Airport, um mit ihrem privaten Armee und ihrem privaten Jet. Der Kustumer Restroom. Ich konnte durch die Departure Gäte nach vorne. Da war Ufe all over den Airport, und die Zivilisten wurden durchgezogen. Erstmal nachladen. Dass der nicht stirbt. Dass der nicht stirbt. Die Kippen einfach nur umsterben. Aber nicht, was soll denn das die ganze Zeit? Das juckt den einfach gar nicht, der geht trotzdem nach und her. Stirb doch, du Banause, Mann! Kann's doch nicht sein, Mensch. Ihr habt wahrscheinlich sowieso Probleme mit der Musik. Mal gucken. Und er packt wieder die Knarre weg. Pack sie nicht weg, Junge. Die Bombe noch. Yo, habt ihr gesehen? Okay. Was nachladen? Sterben! Danke! Cool! Nachladen? Haben wir schon? Okay. Das ist cool! Das ist cool! Das ist cool! Das ist cool hier gerade! Wir brauchen auch noch ein bisschen Heilung hier. vielleicht auch bei der so Puh, Alter. Wieder Leben am Limit. Jetzt geht doch mal drauf, Mensch. Scheiße, die ist ja fast leer. Geht damit. Ist hier noch jemand? Ist hier noch jemand? Oder muss ich jetzt hier eigentlich schon eigentlich? Ich bin da doch schon drin gewesen. Hä? Waa! Alter, Junge! Jule, was ist der Camper-Sau? Was ist der scheiß Camper-Sau, Alter? Ich fühlte mich, dass ich mich für einen Moment wieder zurückbekommen habe. Ich habe das ganze Mal gesehen, Alter. Das hört aber auch nicht auf gerade, oder? Das hat nicht so funktioniert. Natürlich wäre es ein Tram voll von Goons, die mich versuchen, zu derailen. Ich schieße sie halt nur um, weißt du? Aber nicht tot. Aber nicht tot. Der ist auf jeden Fall tot. Zeig deine Glatte, zeig sie, zeig sie. Sehr gut gemacht. Mensch, ich schieße sie immer nur an, ey. Guck dir das an, wie ich hier einfach immer wieder umkirke. Ist auch ein cooles, äh, cooles Bahn-Level, Zug-Level, wa? Eigentlich. Aber, ich muss sagen, Uncharted 2 ist deutlich keller eigentlich. Als das hier. Oder, was würdet ihr sagen? Uncharted oder Max Payne? Es war perfekt. Jeder wollte ein Ticket für den Max Payne Express. Den Max Payne Es ist schon cool, es ist schon cool hier. Ich finde es schade, wir kriegen es besser, weil es irgendwie so spielerisch geiler ist, dass du da auch nochmal selber drauf klettern kannst. Mein Klettern ist halt bei Max Payne, äh, mein Gott, ich bin komplett übereinander bei Max Payne nicht, aber... Ich fühle mich, als ob ich auf den Schaden verpasst habe und es war ein wirklich guter Mann. Dafür gibt es halt diese Momente, wenn man jetzt währenddessen noch schießen müsste, das wäre richtig geil. Wollte gerade sagen, der lebt doch noch. Stell dich nicht tot, Junge. Ja, mach auf die Tür. Ja Mensch, jetzt stopp doch auch mal, was ist denn hier los, Alter? Das ist der längste Bremsweg seit längst schon gedenken, jetzt. Das war mein Stopp. Es hat mich direkt in das Herz genommen gemacht. Becker und Gimps waren überall, so er und Bronco muss sein, dass er nahe sind. Das smart move würde sich mit De Silva und gehen direkt nach der Hanger, aber wann war ich immer über smart moves? Ich bin ein dumm move, Guy. Hey Max, wir fahren auf die Runde. Nein, danke. Ich werde mich in die Hauptentrale gehen. Ich werde einen großen, schützenden Grin auf meine Gesichter und lassen diese Arschlösen machen, um mich zu töten zu töten zu töten zu töten zu töten. Das ist mein Stil, und es ist zu früh in der Zeit, um für eine Veränderung zu warten. Boy, waren sie die Zahlen auf dieses Problem. Aber dann, ich habe mich entschieden, hier zu sein. Ich wollte das. Was es Redemption? Nicht wirklich. Es war eine pathetische Desperation. Und nicht viel anderes. Becker war nicht eine Polizei, sondern ein Arschlösen, sondern ein Arschlösen. aus dem Zischen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe eine gute Idee, Herr. Ich habe nichts mehr zu gehen, Becker. Herr Payne, ich glaube, Sie hatten etwas zu sagen. Kill ihn! Kill ihn jetzt! Nein! 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 Geh, Herr Händler! Jetzt geht's los! Geh, 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 Geh! Geh, Geh! Ich sehe dich da rechts! Ich sehe dich da rechts! Junge! Er tanzt da Lamparda, so wie ich ihn anschieße, aber er stirbt einfach nicht. Was macht er denn da? Ach mein Gott! Er kippt wieder um und ich kann ihn wieder erstmal nicht finishen. Er ist scheiß Rattenkinder. Er ist scheiß Rattenkinder. Er ist scheiß Rattenkinder. Was macht er? Ich bin jetzt draußen 1,000,000. Zu die Flätenkinder, zu sehen. Ich muss uns öffnen. Ich bin jetzt auf der Flätenkinder der Flätenkinder. Es ist die Flätenkinder. Die Flätenkinder der Flätenkinder, die ihnen richtig kaufen. Und er wirst es schockt. Das war es. Es war fast vorbei. Ich denke, dass ich das, was ich wollte, um mich zu sein. Ein Verlager. Ein Rent-A-Clown mit einem Schraub, der in anderen Schäuern schlägt. Das ist das, was sie bezahlt haben, also in der Ende, das ist das, was sie bekommen haben. Say, was du willst, Amerikaner, aber wir verstehen, Kapitalismus. Du kaufen dir ein Produkt, und du hast, was du bezahlt. Und diese Schäuern hat sich für einen wunderschönen Gringo, ohne die sensibilität, um zu wissen, was von falsch zu wissen. Hier war ich, um zu schützen, diesen pooren Bastard, wie ein Dime-Store Angel von Death, und ich wusste, dass sie richtig waren. Ich würde nicht wissen, was von falsch zu wissen, wenn einer von ihnen helfen würde, und der andere würde meine Frau schlägt. Max, get the flag! Max, get the flag! Get out, Max! Hätte man denn nicht so leben lassen können? War das nicht so eine Entscheidung? Ich weiß gar nicht. Woo! Jetzt geht's los! Just get me close! Ba-da-ba-da-ba-da-da-da-da-da-da-da! Look! A squad is coming from the right! Over on the right! Insurrent ain't gonna cover this! Come on! We've got a flight to catch! It's not going to take off without it. Come on, don't give up! Lad nach! Shit, shit, shit! That about sums it up. What? Der muss aber sitzen. Auch nicht? Lad nach, lad nach, lad nach! Shit! This is the guy! Ice front! I normally am behind the desk kind of high. Only I'd been one of them too. It's over good! Sand ice! Oh my god! Was war das denn? Ich sag, ich bin in jedem Game im Back. Das war jetzt eher so ein lustiger. Asshole! Das war's coming down with that plane. Let's get it over with! Wir werden fly! Ja! Wir werden starrig roll! Aber ist ja wohl, Junge! Oh! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I'll walk. You'll walk with a lip! ...and update on the historical movement harvesting scandal. The 55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the centre of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found, hanged in his police cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation... Local justice! Local residents expressed outrage as they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol with the weather. Gut, Freunde, das war's mit Max Payne 3 XXL Final-Folge für euch. Ähm... Ja, was soll ich sagen? Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Cooles Game. Können sie eigentlich auch remastern, ja? Können sie remastern. Ja, und dann als Gesamt-Trilogie nochmal rausbringen, ja? Also, keine Ahnung. Ich verstehe halt nicht, warum die jetzt nur eins und zwei remaken. Glaub ich, war das? Remaken, war das, wa? Und den dritten nicht, oder so? Nee, immer so dieses Halbgar. Genauso wie bei GTA. Weißt du, GTA-Trilogie machen, aber nicht GTA 4. Jetzt kam ja irgendwie so die News. Haben sie denn auch abgeblasen, die Sache? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Naja, was soll man sagen? Macht einfach neue Spiele, Rockstar. Was haltet ihr davon? Remaster her, Remake hin und her und hast nicht gesehen. Einfach neue Spiele machen. Wie wär's damit? Wär ja ganz geil. So, das war's. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne nochmal zum Abschluss ein Like da und schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. So aus der heutigen Sicht. Und jo, das war's. Haut rein. Tschüss.